So, es geht wieder weiter mit Let's Play... Moment... Tchuch... Prinz von... Schieß mich tot und... Der Prinz von Monarchal... Quatsch... Quatsch doch nicht... Gut, wir werden mal gucken, wohin ich muss. Und für was diese Statue sein soll. Die ich in meinen Visionen gesehen habe. Okay, von dahinten komm ich... Kam ich hier, oder? floh... Ja ich glaube schon... Oh ja... Na schön... Oh, da ist wieder eine Spalte. So... Nun? Worauf wartet ihr? Ich habe Angst. Was wenn ich in Gefahr gerade und ihr mir nachjagen müsst? Bitte. Wollt ihr andeuten, dass ihr meine Hilfe braucht? Ja... Oh prima! In diesem Fall! Zick... Bin ich eigentlich schon wieder? Ist das total krank? Okay... Es hat Klick gemacht! Ohhh! Lichtritzel! Ich liebe es! Ich liebe es! Wahrscheinlich müssen wir das da hin richten. Zick, weil nach da hin ist ja nichts, ne? Ne. War ja auch ein bisschen Sitzung. Spiegel. Zick. Schling. Okay, jetzt auch noch. Oh, jetzt auch noch ein Spiegel. Wow, auch noch ein Spiegel. Stirb. Mal ein kleiner, zitionerischer Freund. Ein kleiner, babilonischer Freund. Aua. Das tut weh. Ach, hör mal auf. Nervt. Nein, wollte ich nicht. Nein. Zick. Und. Schlammim. Schlamm. Und stirb. Jetzt muss ich mich noch vollkommen am durchdrehen. Massenmörder. Verißt das ja sogar eine Wache, die ihm früher mal Geld geschuldet hat. Jetzt ist es ihm egal. Oh, böse. Zick. Oh, dann sehen wir den Speicherpunkt, der sich da bildet. Au. Okay. Frag mich, warum man die Waffe mit ansaugt. Irgendwie ist das unlogisch. Die Waffe ist ja nicht aus Sand. Aber naja. Hm. Wunderbar. Okay. Sick. Mal einfach nur spammen. Wow. Mal einfach nur den B-Knopf aufhämmern. Besondere Taktik. Ha. Brauche ich. Ah, jetzt habe ich es gemacht. Ah, jetzt habe ich es gemacht. Man muss blocken. Und, äh, dann den L-Knopf drücken. Der für das, äh, Zeitfeind, weil ich drin ist. Also blocken und dann L drücken. Dann könnt ihr die Zeit anhalten. Und dann bitte schnell agieren. Ist ganz nett, weil es man mal wenig Energie hat. Erbrechen. Na gut. Okay, jetzt haben wir das mal gesehen. Ich habe schon gefragt, wie ich das jetzt mache. Aber naja. Jetzt haben wir es ja. Ich glaube, es gibt ja nicht viele Knöpfe auf dem Gamecube. Zumindest nicht, äh. Nicht, äh, so viele. Die man drücken könnte. In Kombination mit irgendetwas anderem. Weil da müssen jetzt paar Knöpfe sein. Ach, ach, schreie doch nicht so rum. Man dauern hier. Nein. Ach, so ein Scheiß, ey. Immer, dass ich mir so... Das ist doch ein Mist. Zuck. Okay. Und nochmal. Stirb. Okay. Was wollt ihr von mir? Ich habe nichts. Falls ihr Geld möchtet. Das besitze ich auch nicht. Ich weiß gar nichts von dem, was ihr wollt. Lass mich in Ruhe. Wuhu. Wuhu. Bäm. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich hab mal durch das Kunststückchen. Wunderbar. Ja, ja. Meine Güte. Gib mal mal ein Stückchen zur Seite. Und dann geht das an. Ach, das ist gemein. Zack. Aufsaugen. Bitte. Komm schon. Alter. Wämser, du. Okay. Es dürfte geschafft sein. Ja. Ich liebe es. Okay. Trink. Schüttel dein Haar für mich. Oh, oh, oh. Und. Schauen wir uns mal die Vision an. Schalter. Springen. Wandsprung. Wow. Das sah böse aus. Okay. Was ist immer... Die eine Stelle sah immer richtig böse aus mit dem... Mit dem zwei Dingen. Da. Jawoll. Meister. Da gehört. Na gut. Ich mach hier den Schnitt. Bis dahin.